Wer Ende Februar in die große Hansestadt an der Elbe fährt, kann natürlich die Elbphilharmonie besuchen oder eine Hafenrundfahrt antreten. Für Biker und Quadfahrer sind freilich die HMT interessanter, die Hamburger Motorradtage, die in diesem Jahr vom 23. bis 25. Februar stattgefunden haben. Und das nun schon zum 24. Mal. Wie bereits von den Vorveranstaltungen in den vergangenen Jahren gewohnt, gab es einen bunten Mix aus Bikes, Zubehör, Bekleidung und Action zu sehen, wobei auch die ATVs, Quads, Side-by-Sides und Dreiräder nicht fehlten. Originell die Hot Rods von Wenkstern, die ganz in der Nähe von Hamburg produziert werden. Knapp 70.000 Besucher pilgerten auf die diesjährigen HMT. Das ist in etwa so viel wie im vergangenen Jahr 2017. Ja, hi! Ich bin Albi von der Firma Wenkstern. Ab 2019 wird voraussichtlich ein Mini-Hot Rod der Firma Wenkstern als E-Format rauskommen. Und dann geht's lustig weiter. Kenem präsentierte seine Spider-Dreiräder und Outlander-ATVs. Auch ein aktuelles Side-by-Side aus der Maverick-Baureihe fehlte nicht. Nützlichkeit stand bei Yamaha im Vordergrund. Der Hersteller zeigte eine brandneue Kodiak 450 mit Utility-Zubehör von Logic und einer Pumpe von Yamaha. Wärmstens zu empfehlen 12-Volt-Heizhandschuhe von Gerbing, die sich wahlweise übers Bordnetz oder über Akkus befeuern lassen. Großzügig präsentierte sich Polaris. Auch hier stand der Nutzwert im Vordergrund. Nettes Detail am Rande? Eine Aufnahme für eine Front-Rangierkupplung, die am Limited-Modell der 570er 6x6 serienmäßig ist. Den dreirädrigen Spaßmacher des nordamerikanischen Herstellers hatte das Team von Powersport Hamburg freilich auch mit dabei. In der Actionhalle war der Stand vom Q-Team Nord der Anlaufpunkt für die norddeutsche Quad-Szene. Ihr Können zeigten zwei Nachwuchs-Standfahrer. Die Stuntlady Mel 217, die vom Stunt-Doktor Stefan Blank höchstpersönlich trainiert wird, und Marc Hüttmann, der auf einer Yamaha unterwegs ist. Im kommenden Jahr 2019 finden die HMT zum 25. Mal statt. Wir sind bereits gespannt, was sich das Team vom Veranstalter Dikon zur Jubiläumsmesse alles einfallen lassen wird.